Guten Tag, DB Mobilitätsservice, Richard Lutz am Apparat. Sie haben bei uns eine Einstiegshilfe für den RE-70 morgen um 10.42 Uhr von Bielefeld nach Hannover beantragt. Ich muss Ihnen nun leider mitteilen, dass in diesem Zug die Behindertentoilette defekt ist. Nun meine Frage, sind Sie darauf angewiesen? Ja, leider. Na, okay. Wäre es Ihnen denn auch möglich, zwei Stunden früher bereits um 8.24 Uhr den RE-70 nach Hannover zu nehmen? Ja. Vielen Dank. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you for traveling this Deutsche Bahn. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.